Auch Odin möchte alles schützen, was auf der Erde lebt, aber er vertraut am ehesten auf sein Schwert und seinen Speer, wenn es darum geht, der Gemeinheit und dem Verrat zu wehren. Ein freundliches Lächeln, denkt er, war noch nie imstande, einen gierigen Feind aufzuhalten. Wenn ihr Frieden haben wollt, brummt er, müsst ihr euch auf den Krieg gefasst machen. Das sagte er allen, die es hören wollen. Aus diesem Grund war Baldur nie ein Sohn nach seinem Geschmack. Doch in der letzten Zeit sehen die Asen den Götterkönig immer öfter nach breiter Blick reiten. Frigga, die immer eine Schwäche für Baldur hatte und ihn stets in Schutz genommen hat, freut sich sehr darüber, dass Odin sich ihm zuwendet. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Nichts ist mehr so, wie es war. Odin fühlt sich bedroht. Überall sieht er das Unheil mit bösen Augen und scharfen Zähnen lauern. Da kann es nicht schaden, auf der Hut zu sein. Vieles versteht Odin, aber manches ist ihm rätselhaft geblieben. Nun will er auch dahinter kommen, wie Baldur denkt. In breiter Blick ist er immer willkommen. In letzter Zeit sitzen Vater und Sohn öfter beieinander und ganze Abende lang gibt ein Wort das andere. Warum ist Baldur immer so bleich und abgespannt? Ist er krank? Es sind die Albträume, die ihn heimsuchen. Er sieht, wie die Berge aufbrechen, als hätten sie offene Wunden. Er sieht brennende Wolken. Er sieht einen Winter, der nie zu Ende geht. Er sieht seinen eigenen Namen mit Blut geschrieben. Mitten in der Nacht wacht er schweißgebadet auf und erstickt einen Schrei mit der Bettdecke. Von den anderen will er sich nichts anmerken lassen. Aber endlich wird es ihm zu viel, und er muss zugeben, dass er von schlimmen Ahnungen geplagt wird. Die Asen hören es nicht gerne, denn Baldur war immer eine Lichtgestalt in Asgard, und wenn sogar er finster dreinblickt, ist das ein schlechtes Zeichen. Auch Frigga ist bekümmert. Sie zieht nach Osten und Westen, Norden und Süden. Keiner soll Baldur etwas antun, dafür will sie sorgen. Jeden Stein wendet sie um und untersucht jede Höhle. Allem, was da kriecht und läuft, fliegt und schwimmt, nimmt sie ein Versprechen ab. Niemand soll Baldur etwas zu Leide tun. Sogar Feuer und Wasser, Bäume und Felsen, Pest und Krankheit müssen ihr hoch und heilig schwören, dass sie ihren Liebling verschonen. Die Asen sind erleichtert, und Baldur ist froh. Zwar quälen ihn immer noch böse Träume, aber was sie ankündigen, hört sich wie eine leere Drohung an. Er kann hoffen, dass sie bald verfliegen werden, wie ein Schatten vor der Sonne. Um seine Genesung zu feiern, richten die Götter ein großes Fest aus. Einer von ihnen kommt auf die Idee, das Schicksal auf die Probe zu stellen. Baldur soll als Zielscheibe dafür dienen. Alle werfen Steine auf ihn und beschießen ihn mit Pfeil und Bogen. Doch alle Geschosse prallen von ihm ab. Baldur lacht nur über den Hagel. Er ist unverwundbar. Die Götter jubeln. Nur einer hält sich zurück und stimmt nicht in die Freudenrufe ein. Einer, der die Fäuste ballt und sich davonschleicht. Es ist Loki. Voll Neid und Eifersucht schnaubt er. Warum machen alle so viel Aufhebens wegen Baldur? Alle haben einen Narren an ihm gefressen. Und was ist mit mir? Die Wahrheit ist, dass die beiden sich nie leiden konnten. Aber nun hat Loki wohl den Kopf verloren. Als altes Weib verkleidet, sucht er Frigger auf. Was ist denn mit Baldur geschehen? fragt er sie. Haben sich wirklich alle Dinge auf der Welt verschworen, ihn zu hätscheln? Ja, antwortet Frigger stolz. Loki schlägt die Hände über dem Kopf zusammen vor Verwunderung. Frigger lächelt. Sie ist gut gelaunt, denn dies ist ein großer Tag für sie. Außerdem findet sie das alte Weib, das vor ihr steht, ziemlich komisch. Bist du sicher? fragt Loki mit dünner, pfeifender Stimme und legt den Kopf schräg. Jedes winzige kleine Bisschen soll dir versprochen haben, dass Baldur nichts geschieht? Fast, sagt Frigger. Nur im Westenwallhals, da wächst eine kleine Mistel. Die kam mir so klein und unansehnlich vor, dass es lächerlich gewesen wäre, ihr einen Eid abzufordern. So ein winziges Zweiglein, dachte ich, kann doch keinen Schaden anrichten. Schon macht Loki sich auf den Weg, um die Mistel zu suchen. Er hat Glück und findet sie. Gleich bricht er den Zweig ab und nimmt ihn mit auf die große Wiese, wo die Götter immer noch bei ihrem Schützenfest sind. Einer von den Asen aber steht in der Ecke und nimmt an ihrem Spiel nicht teil. Er heißt Hoth und ist ein Halbbruder Lokis. In den großen Kriegen hat er nie eine Rolle gespielt und auch jetzt hält er sich im Hintergrund. Das hat einen einfachen Grund. Hoth ist blind. Scheinheilig fragt Loki ihn, was ist mit dir, mein Freund? Warum machst du nicht mit? Alle schießen auf Baldur und du siehst doch, dass ihm nichts geschieht. Du weißt wohl, dass ich blind bin und ihn gar nicht sehen kann, sagt Hoth. Oh, flüstert Loki ihm ins Ohr. Daran soll es nicht fehlen. Ich zeige dir, wie du zielen sollst. Ich trage keine Waffe, antwortet Hoth. Dann nimm diesen Bogen und die Mistel hier. Alle erweisen Baldur die Ehre, da kannst du nicht beiseite stehen. Gern, ruft der Blinde dankbar und ergreift den Bogen. Loki führt seinen Arm. Ein bisschen weiter nach rechts, noch ein bisschen so. Und Hoth ruft. Schau nur, Baldur. Jetzt bin ich auch dabei. Baldur lacht und streckt ihm seine Arme entgegen. Jetzt, flüstert Loki. Und Hoth lässt die spannte Seite los. Der Pfeil trifft Baldur, der einen hellen Schrei ausstößt und zu Boden sinkt. Der Pfeil hat ihn mitten in der Kehle getroffen. Baldur ist tot. Es wird ganz still auf der großen Wiese. Die Asen trauen ihren Augen nicht. Dann erst bricht der Jammer los. Das, was sie um jeden Preis verhindern wollen, jetzt ist es geschehen. Nie hat ein schlimmeres Unglück Götter und Menschen getroffen. Viele umringen Hoth, um Baldur zu rächen. Einige deuten auch auf Loki. Aber Odin greift ein. Haltet ein, ruft er. Dies hier ist ein geheiligter Ort. Es ist genug Blut vergossen worden an diesem Tag. Baldur war mein Sohn. Hoth ist mein Sohn. Und Loki ist mein Milchbruder. Es ist sinnlos, Vergeltung zu üben. Nie sahen ihn die Asen so alt und müde. Es war alles nur ein Missverständnis, wimmert Loki und legt den Arm um Hoths Schulter. Keiner von uns hat das gewollt. Dann wendet er sich mit harten Worten Frigger zu. Dir haben wir vertraut. Hast du uns nicht versichert, dass Baldur kein Leid geschehen kann? Wie sollten wir ahnen, dass du so leichtfertig warst und hier einen Strauch und dort einen Zweig auf Baldurs Heil einzuschwören vergessen hast? Es ist deine Schuld, dass es ein böses Ende mit ihm nahm. Loki hat sich in Hitze geredet und er ist ein Meister darin, die Wörter so zu drehen, wie es ihm passt. Frigger wendet sich schluchzend von ihm ab. Es ist Schicksal, murmelt einer. Was geschehen soll, geschieht, sagt ein anderer. Niemand kann sein Schicksal ändern. Baldurs Träume hätten uns eine Warnung sein sollen. Er ist tot, weint Nana, seine Frau. Wir werden ihn nie wiedersehen. Aber da richtet Frigger sich auf. Der Trotz leuchtet aus ihren Augen. Nein, ruft sie. Ich gebe nicht auf. Ich will ihn wiederhaben. Wer von euch, wer von Odins Söhn, will mein Sendbote sein? Wer will meine ewige Dankbarkeit gewinnen und ins Totenreich reiten? Wer von euch spricht mit Baldur? Wer fragt Hel die Herren über das Totenreich, um welchen Preis sie ihn freigibt, sodass er zu mir nach Asgard heimkehren kann? Alle schweigen. Sogar Odin zögert und Thor schaut betreten zu Boden. Doch dann tritt Hermut hervor, der sich immer zurückgehalten hat. Man hat wenig von ihm gehört, obwohl auch er einer von Odins Söhnen ist. Denn er ist zwar ein guter Kämpfer und berühmt für seine Reitkunst, doch drängt er sich niemals vor und lässt andere das große Wort führen. Nun aber sagt er, ich reite für Baldurs Mutter zu Hel ins Totenreich. Ihr müsst mir nur das beste Pferd geben, das es gibt. Der Götterkönig nickt. Er befiehlt, dass Sleipnir sein eigenes Pferd gezäumt und gesattelt wird. Hermut steigt auf den achtbeinigen Hengst und sprengt über die Regenbogenbrücke davon. Wie ein Gewitter dröhnt das Echo von Sleipnirs Hufen den Asen in den Ohren, bis es in der Tiefe des Nordens verhallt. Hel empfängt Hermut selbst. Sie ist groß und hager von Gestalt. Die eine Seite ihres Gesichts ist bleich wie Kreide, die andere blau-schwarz wie ein Rabe. Weit hinten im Saal glaubt er, zwei Tote zu erkennen, die dort aufgebahrt sitzen. Es sind Baldur und Nana, seine treue Frau. Hermut sagt nichts von seinem Anliegen. Er bleibt über Nacht und erst am anderen Morgen wendet er sich höflich an Hel, um seine Bitte vorzutragen. Ich weiß wohl, warum du gekommen bist, sagt sie. Und was ist dein Bescheid? Die Antwort ist nein. Aber bedenke doch, die ganze Welt trauert um Baldur. Hel runzelt die Stirn. Meine Aufgabe ist es nicht, der Welt eine Freude zu machen, antwortet die Herren über das Totenreich. Was habt ihr nur mit eurem Baldur? Ist er so wichtig? Keiner ist so geliebt worden wie er, ruft Hermut. Wir, die Asen, verlangen, daß du ihn uns zurückgibst. Hels Augen verdunkeln sich, als sie das hört. Ihr verlangt etwas von mir, der Herrscherin über den Tod? Ich wollte sagen, wir bitten dich, sagt Hermut rasch. Wir flehen dich an. Hel ist aufgestanden. Sie wendet sich den beiden Toten zu, die stumm wie Steine dabei gesessen sind. Hörst du, Baldur? Die Götter flehen mich an, sagt Hel, und nun schnurrt sie wie eine Katze vor Behagen. Was sollen wir ihnen antworten? Das will gut überlegt sein. Oh ja, ich weiß, wie man mit solchen Bittstellern umgeht. Langsam tritt sie Hermut entgegen und blickt ihm in die Augen. Also gut. Du sollst sie haben, alle beide, aber nur unter einer Bedingung. Hermut traut seinen Ohren kaum. Freudig verspricht er ihr, auf alles einzugehen, was sie verlangt. Die Königin des Totenreichs streckt ihre blauen Nägel von sich und sagt mit einem boshaften Lächeln, »Es gibt mir zu denken, was du gesagt hast. Neugierig bin ich, ob es wahr ist, dass Baldur wirklich so vermisst wird, wie du behauptest. Ich nehme dich beim Wort. Ich will dich auf die Probe stellen.« »Auf welche Probe? Was meinst du?« fragt Hermut. »Pass auf und höre gut zu. Wenn die ganze Welt Baldur beweint, dann mag er samt seiner Frau nach Asgard zurückkehren. Aber freue dich nicht zu früh. Denn wenn es nur ein einziges Wesen auf der Welt gibt, das ihn nicht beweint, sei es ein Ase oder ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze oder auch nur ein Stein, dann werden beide ewig dort bleiben, wo sie sind, bei mir. Nun geh, bevor ich es mir anders überlege.« Hermut macht sich auf den Weg. Baldur und Nanna dürfen ihn ein Stück weit begleiten. Den Zauberring Draupne übergibt Baldur seinem Retter. Er soll ihn Odin wiederbringen als ein Andenken, und Nanna gibt ihm Geschenke für Frigga mit. »Bald werden wir dich abholen,« sagt Hermut und umarmt seinen Bruder. Aber der schüttelt den Kopf und antwortet ihm, »Das glaube ich nicht. Mein Mund ist voll von Asche.« Hermut gibt seinem Pferd die Sporen, doch bevor er den Hof verlassen hat, bellt Hel ihm nach, »Du kannst ganz sicher sein, dass ich Gerechtigkeit walten lasse.« Hermut reitet über die beinene Sperre und überquert die goldene Brücke, bis er ins Lichtereich der Lebenden kommt. In Asgard angekommen, berichtet er, was er gesehen und gehört hat. »Nun senden die Asen Boten in die ganze Welt aus und bitten alles, was da lebt und webt, um Hilfe. Alles trauert. Menschen und Tiere klagen um Baldur. Selbst den Wölfen und den Hexen werden die Augen feucht, wenn sie an ihn denken, und die Trolle verbergen ihr Gesicht in den Händen. Sogar die ältesten Feinde der Asen vergießen ein paar höfliche Tränen, denn Baldur war etwas ganz Besonderes, und nie hat sich jemand über ihn beklagt. Himmel und Erde laufen über von Tränen, von Bäumen und Sträuchern rinnt das Nass, die Steine schluchzen und die Berge stöhnen. Als aber die Boten ihren Auftrag erfüllt haben und auf dem Heimweg sind, da begegnen sie einem alten Trollweib, das sich Tuck nennt. Auch sie wird gebeten, die Totenklage um Baldur anzustimmen. Doch sie zuckt nur die Schultern und sagt, »Was geht es mich an, dass einer der hohen Herren in Asgard gestorben ist? Lasst mich zufrieden mit eurem Baldur.« Die Boten bitten Tuck, sich ihre Antwort noch einmal zu überlegen. »Weißt du, was das bedeutet? Wenn du nicht um ihn weinst, kann er nie zurückkehren.« »Glaubt ihr, Frigger würde weinen, wenn ich einen meiner Söhne verliere? Ich müsste lügen, wenn ich um den ihren jammern sollte. Hier seht her«, ruft sie und zieht ihr Augenlid herunter. »Meine Augen bleiben trocken. Ich habe in meiner Zeit schon zu viel geweint. Ich bin es leid, das Klageweib zu spielen. Mag Hel ihre Beute behalten. Mir soll es recht sein.« Und so kam es, dass Baldur bei den Toten bleiben musste. Aber wer war diese Tuck? War sie wirklich eine Trollfrau, die niemand kennt, oder einer, der berüchtigt ist für das Unheil, das er so oft gestiftet hat? War es nicht Loki, von dem es heißt, dass er sich mit Vorliebe in Frauenkleidern herumtreibt, wenn er etwas Böses im Schilde führt? Er war es, und kein anderer. Von seiner eigenen Macht berauscht glaubt er, kein anderer habe einen besseren Kopf, eine geschmeidigere Zunge als er. »Warum soll immer Odin der Häuptling sein«, denkt er, »warum nicht ich?« Er bildet sich ein, alle seien gegen ihn. Immer fühlt er sich zurückgesetzt. Er ballt die Fäuste, wenn er daran denkt. Aber dann lächelt er wieder selbstzufrieden und sagt sich, »Habe ich nicht drei wunderbare Kinder?« Den Fenriswolf, die Midgard-Schlange und vor allem Hehl, die Herrscherin über die Toten. »Ja«, beschließt er dann, »ich will Ihnen ein guter Vater sein und es an nichts fehlen lassen, dass Sie zu Ihrem Recht kommen. Ich und meine Kinder, uns soll nichts und niemand im Wege stehen, denn wir sind mächtiger, als ihr alle ahnt.« Es wird Nacht, und lachend wandert Loki unter den Sternen. Die Stimmung in Asgard ist gereizt. Alle reden über Loki. Jetzt erinnert sich niemand mehr an seine guten Dienste. Wie oft haben seine Einfälle den Asen geholfen, als Not am Mann war. Wie oft haben sie über seine Scherze gelacht. Aber das alles ist vergessen. Jetzt lässt keiner mehr ein gutes Haar an Loki. Nicht nur, dass er uns zum Narren gehalten und hinters Licht geführt hat, heißt es, nicht nur, dass er schuld ist an Baldurs Tod, er hat auch dafür gesorgt, dass sein Halbbruder nicht von den Toten zurückkehren durfte. »Er ist auch noch stolz auf seine Untat,« sagt Heimdahl. »Er macht sich lustig über uns.« »Ich zerschmettere ihm den Schädel,« ruft Thor. Nur Siegün hält ihm die Stange. »Ihr vergesst, dass ich ihn lieb habe,« sagt sie. »Ach, Siegün,« raten ihr die anderen Frauen, »was hast du davon? Nichts als Ärger. Warum suchst du dir nicht einen anderen?« Aber Siegün schüttelt nur den Kopf und geht ihrer Wege. »Das Herz hat keine Wahl,« sagt sie. »Niemand kann sich seine Liebe aussuchen.« Odin befiehlt, dass Loki bei lebendigem Leibe gefangen und bestraft werden soll. Er schickt seine Raben, Hugin und Munin aus nach Midgard und nach Jotumhain und bittet Zwerge und Alben um Hilfe bei der Suche. Die Walküren reiten über Berg und Tal, Meer und Wolken. Er selber hält Ausschau von seinem Thron hoch über der Götterbrück. »Und ich habe dich geliebt,« denkt er vor Bitternis, während er den Blick über die Welt schweifen lässt. Er starrt hinaus, bis ihm die Augen tränen. Loki ist weit in die Wildnis gegangen. Auf dem Gipfel eines hohen Berges hat er sich ein Haus gebaut, ein Haus mit vier Türen, damit er von seinem Stuhl aus den Blick frei hat in alle Himmelsrichtungen. Nicht weit davon stürzt ein Wasserfall in die Tiefe. Jeden Morgen verwandelt er sich in einen Lachs, der im rauschenden Wasser spielt. Niemandem wird es einfallen, nach einem Fisch zu suchen, denkt er. »Bald werden es die Asen müde werden, nach mir zu suchen. Bald haben sie mich vergessen. Und dann ist meine Zeit gekommen. Dann will ich endlich meinen Sohn, den Fenriswolf, zu mir rufen, mein Kind, die Midgard-Schlange und Hel, meine mächtige Tochter, die über das Reich der Toten herrscht. Und dann nehmen wir Rache und werden dieser ganzen Welt ein Ende machen.« Die Asen aber haben die Fahndung nach Loki nicht aufgegeben. Eines Tages sieht er in der Ferne eine lange Kette von Gestalten, die das Gebirge absuchen. Mit jedem Schritt kommen sie näher. Rasch wirft Loki das Netz ins Feuer, nimmt seine Fischgestalt an und springt glatt und zappelnd in den Wasserfall. Die Asen finden das Haus leer. Aber sie sind nicht ganz sicher, dass kein lebendiges Wesen bei ihrer Suche durchgeschlüpft ist. Sie untersuchen die Asche im Herd und entdecken das Muster des verbrannten Netzes. Da wissen sie sogleich, wonach sie zu suchen haben. Sie knüpfen ein neues Netz und werfen es in den Fluss aus. Thor hält es an einem Ende, das andere halten die übrigen Asen fest. Nun durchkämmen sie wartend den Fluss. Loki schwimmt vor dem Netz her, so tief wie möglich am Grund des Wassers, hält still, legt sich flach zwischen zwei Steine und hält den Atem an. Er spürt im Rücken, wie das Netz ihn streift. Auch die Asen haben bemerkt, wie etwas in den Maschen zuckt. Sie binden schwere Steine an das Garn, bevor sie es von Neuem auswerfen, da flüchtet Loki und stürzt in die Tiefe. Mit einem Satz kehrt er um, macht einen Luftsprung über das Netz und schwimmt zurück zum Wasserfall. Doch nun haben die Asen ihn gesehen. Sie teilen sich in zwei Gruppen, von denen jede ein Ende des Netzes hält. Thor wartet in der Mitte des Flusses. So ziehen sie Schritt für Schritt das Netz nach unten. Noch einmal wagt Loki einen Sprung über das Garn, aber diesmal ist Thor schneller. Wie ein hungriger Bär wirft er sich nach vorn und greift nach ihm. Beinahe wäre der glatte Leib ihm durch die Finger geschlüpft, doch es gelingt ihm, den Lachs am Schwanz zu packen. »Lasst mich los!« zetert der zappelnde Fisch. Da deutet Freier auf ihn und ruft, »Du, der du dich in Fischgestalt verbirgst.« »Ich befehle dir, komm hervor und zeige dich. Sei, der du bist!« Sogleich liegt Loki wimmernd zu ihren Füßen. »Hast du vergessen,« sagt Freier, »wer dich vor langer, langer Zeit alle deine Künste lehrte. Jetzt bereue ich es, denn du warst es nicht wert, dass ich meine Zeit mit dir vergeudet habe. Sie wendet sich an Odin. »Was soll mit ihm geschehen?« fragt sie. Doch Odin wendet sich ab und schüttelt den Kopf. »Tut mit ihm, was getan werden muss,« antwortet er müde. So sehr er sich auch wehrt, es gelingt den Asen, ihn zu fesseln. So wird Loki nun liegen bleiben bis ans Ende der Welt. Erst wenn es gekommen ist, heißt es, sollen die Ketten von ihm abfallen wie verdorrtes Gras. Dann, so heißt es, wird nicht nur Loki freikommen. Auch der mächtige Fenriswolf wird sich losreißen und mit offenem Rachen, aus dem der Schaum wie Wolken über die Erde treibt, über Land und Meer hetzen. Auch die große Midgard-Schlange wird sich dann über die Ufer des Weltmeers wälzen, und der Erdboden wird sich auftun, so dass Hel an der Spitze ihres gewaltigen Totenheeres ihren letzten Ritt antreten kann. So ist es vorherbestimmt. So wird es geschehen. Daran muß Odin denken. Er weiß es. Und dennoch fehlt ihm Loki. Er denkt an ihn wie an einen toten Bruder. Und er vermisst ihn. Irgendwo in der Einöde, am Rand eines kleinen Teichs, liegt zwischen Heide und Buschwerk etwas, das einem moosbewachsenen Stein gleicht. Aber auf einmal öffnet der Stein die Augen, und starrt hinaus in den grauenden Tag. Ein abgehackter Kopf ist es, der dort liegt, ein Riesenschädel, dem der Leib fehlt. Und doch ist Leben in ihm. Denn die Zunge leckt die kalten Lippen, und die Nase hebt sich wie die Nüstern eines witternden Tieres gegen den Wind. Zwei große Ohren lauschen auf ein Geräusch, das immer näher kommt. Wer ist es, der da über die Heide reitet? Es ist ein Pferd mit acht Beinen, und der Reiter, der da absteigt, ist alt und grau. Odin ist es, der sich zu dem abgehauenen Kopf niederbeugt und ihn in die Arme nimmt. Sei mir gegrüßt, neigt sich der Kopf, und Odin antwortet, endlich sehe ich dich wieder, Mein Freund aus der Zeit der Jugend. Sie lassen sich am Ufer ins Heidekraut nieder. Der Teich ist Mimes Brunnen, die Quelle der Weisheit. Einst hat Odin sich selber ein Auge ausgerissen, um davon trinken zu dürfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nicht von jeher ist Mime ein Kopf ohne Leib gewesen. Feinde haben ihm das angetan. Damals hat Odin den Tod von seinem Riesenhaupt abgewaschen, hat ihm die Stirn mit heilenden Kräutern gesalbt und seinem Freund Gedanken und Sprache wiedergegeben. Auch das ist eine andere Geschichte. Es ist genug zu wissen, dass Odin jedes Mal, wenn ihn Zweifel bedrücken, hierher kommt, auf die windgepeitschte Heide von Utgard, um Rat bei Mime zu suchen. Die beiden kennen sich seit so langer Zeit und es gibt keinen, dem Odin lieber zuhört. Die Zukunft freilich kann keiner von beiden vorhersagen. Dennoch, eines weiß Odin. Das Ende der Welt, so wie er sie kennt, ist nah. Nichts kann ewig dauern. Bald werden Götter und Riesen ein letztes Mal ihre Kräfte messen. Wer wird den Sieg davon tragen? Wer wird unterliegen? Den Zeichen des Vogelzuges, die er am Himmel liest, traut Odin nicht mehr. Und was die warmen Eingeweide geschlachteter Tiere verraten, gibt ihm keine Gewissheit. Die einzigen aber, die die Antwort wissen, die drei Nornen an Urts Brunnen, sie wenden sich ab und schweigen. Auch unter den Menschen gibt es einige, die weiter als andere in die Zukunft sehen können. Deshalb wendet Odin sich nun an Midgard und Mimes Haupt nimmt er mit auf den Weg, denn zwei hören mehr als eine. Die Frau, die sie auf einer kleinen Lichtung treffen, ist weder jung noch alt. Sie steht auf und grüßt, indem sie einen kleinen Stab hoch in die Luft hebt. Der Griff ihres Stabes schimmert in glänzendem Messing. Ich habe euch erwartet, sagt sie. Der weite Mantel, den sie umhat, ist mit farbigen Edelsteinen geschmückt. Sie trägt eine Kette aus Perlen um den Hals und eine schwarze Mütze aus Lammfell auf dem Kopf. An ihrem Gürtel hängt ein großer, lederner Beutel. Ihre Handschuhe sind aus Katzenfell gemacht und an den Füßen trägt sie Schuhe aus zotteligem Kalbfell. Sie ist eine Wolve. Solche seltenen Frauen heißen nach dem Wohl, dem Stab, den sie tragen und auf dem sie reiten können, um ihre Seele in andere unsichtbare Welten zu tragen. Odin wendet sich ihr zu und fragt, »Weißt du denn, wen du vor dir hast?« »Du bist mein Gott«, antwortet die Wolve und fällt vor ihm auf die Knie. Es ist nicht das erste Mal, dass Odin sich an eine Wahrsagerin wendet. Einmal hat er sogar eine von ihnen aus dem Grab geholt. Aber in dieser Nacht möchte er lieber mit einer sprechen, die am Leben ist und die ihm wohl will. »Kannst du für mich in die Zukunft sehen?« fragt Odin. »Manche Tage,« erwidert die Wolve, »sind klar und deutlich, aber andere verbergen sich hinter dunklen Türen.« »Was liegt hinter diesem Herbst und dem nächsten Winter?« »Wie weit soll ich schauen, Herr?« »Soweit du nur kannst,« sagt Odin, »auch wenn es eine ganz andere Zukunft ist, als du dir wünschst.« »Auch dann.« »Du sollst mir alles sagen,« ruft der Götterkönig, »alles bis zum Ende der Welt.« Sogleich beginnt die Wolve mit ihrem Werk. Aus dem Beutel an ihrem Gürtel holt sie eine Salbe aus Bilsenkraut und Stechapfel hervor, mit der sie, erst summend, dann mit lauter hoher Stimme singend, ihren Stab einsalbt. Mit einem Satz nimmt sie den Stab zwischen die Beine und springt auf ihm umher. Der Stab ist ihr Pferd. Sie schließt die Augen, wirft den Kopf hin und her, ruft und singt. Am Ende sinkt sie zu einem unförmigen Haufen in sich zusammen. Der weite Mantel deckt sie ganz zu. Still liegt sie da, ohne einen Laut von sich zu geben. Nichts regt sich. Odin wartet geduldig. Er lehnt mit dem Rücken an einem Kiefernstamm. Mimes Haupt liegt neben ihm im Gras. »Musst du denn immer wissen, was dir bevorsteht?« sagt Mime. »Das gibt mir Zeit zum Nachdenken«, brummt Odin. Der Kopf des Riesen seufzt. »Warum gibst du dich nicht mit dem Tag zufrieden?« In Odins Augen blitzt es, doch bevor er antworten kann, regt sich der dunkle Haufen wieder. Die Vulve erhebt sich. Sie öffnet ihre Augen. »Hört mich an«, sagt sie, »und seht.« »Das erste Zeichen sind drei Hähne, die wie aus einem Munde krähen, und alle Welt wird sie hören. Der eine ist rot. Er kräht in Jotunheim und in Utgard. Er weckt alle toten Riesen und Zwerge. Der zweite Hahn ist schwarz wie Ruß. Er weckt in Heelsreich alle Toten auf und ruft Garm, ihrem gewaltigen Hund, herbei. Der dritte Hahn hat einen goldenen Kamm. Er kräht in Asgard und weckt alle Gefallenen in Valhall. Überall folgen die Toten diesem Ruf. Sie wissen, dass sie bald den Lebenden wieder begegnen werden. Nun ist sie angebrochen, die Zeit, da alles, was wir kennen, untergehen muss. Odin räuspert sich. Hat sie einen Namen, die Zeit, von der du sprichst? Alles hat einen Namen, antwortet die Wohlwehr, sogar die Finsternis. Ragnarok wird sie genannt. Die Zeit, da die Asen den Verstand verlieren und vergessen zu atmen. Ragnarok heißt sie, die Zeit, da Mächte vergehen wie Eis an der Sonne. Erzähle weiter, bittet Odin sie. Ich sehe Axt und Schwert, sagt sie. Ich sehe Unfrieden überall und blutiges Ringen. Ich sehe drei Jahre, in denen der Bruder dem Bruder in den Rücken fällt und der Sohn den eigenen Vater nicht verschont. Daran ist nichts Neues, ruft Odin. So ist es seit Menschen Gedenken zugegangen. Aber sprich, was kommt noch alles auf uns zu? Drei Jahre, die wie ein einziger Winter sind, antwortet die Vulve. Der Schnee weht über die Welt und die Sonne wärmt die Welt nicht länger. Fimbul heißt dieser längste und furchtbarste aller Winter. Viele werden einschneien, in finsteren Eisspalten ertrinken, unter gewaltigen Lawinen begraben werden. Andere werden in ihren Betten erfrieren und sich blau vor Frost auf den Weg ins Totenreich machen. Eine Riesin sehe ich, weit im Osten, im Eisenwald. Sie gebärt Trolle in Wolfsgestalt. Das tut sie seit eh und je, knurrt Odin. Ich kenne sie und ihr räudiges Pack. Da schreit die Vulve auf. Ich sehe zwei ihrer zotteligen Kinder, Skoll und Harte, die beiden Wölfe am Himmel, die seit Erschaffung der Welt hinter der Sonne und dem Mond herjagen. Jetzt ist es soweit. Jetzt packen sie zu. Skoll verschlingt die Sonne und Harte den Mond und die Wolken sind rot von Blut. Die Vulve fröstelt. Sie hebt ihren Stab und zeigt hinauf. Seht nur, flüstert sie. Nicht einmal die Sterne leuchten mehr. Jetzt fängt die Erde an zu beben. Sie erhebt ihre Stimme und schreit. Die Berge stürzen ein. Die größten Bäume werden aus dem Boden gerissen und schießen wie Speere durch die Luft. Die Weltesche Yggdrasil kracht und schwankt. Der Winter löst seinen kalten Griff und alles, was fest war, wird in Stücke gerissen. Alles? Odin runzelt die Stirn. Alles. wiederholt die Vulve. Ich weiß, was du fürchtest. Doch sieh selber. Dann wirst du mir glauben. Und Odin blickt auf und sieht alles, was sie verkündet hat. Er sieht den Fenris-Wolf, wie er an seinen Ketten zirrt. Er sieht Loki, wie er um sich tritt und zappelt. Er sieht, wie sich ihre Fesseln lösen, wie Sigyn vor Freude lacht, wie sie Loki umarmen will. All die Jahre, die er gebunden da lag, ist sie nicht von seiner Seite gewichen. Doch nun fegt Loki sie ohne ein Wort zur Seite und geht seiner Wege. Er hat keine Zeit für Dankbarkeit. Er denkt nur noch an seine Rache. Odin sieht auch, wie der Fenris-Wolf mit aufgerissenem Rachen und glühenden Augen über die Berge stürmt. Seine Fangzähne streifen die Wolken, seine Läfze den Boden. Willst du noch mehr sehen, fragt die Vulve. Hast du genug gehört? Ich will alles wissen, antwortet Odin. Sie zeigt ihm das Meer, wie es kocht und strudelt und baumhohe Wogen wirft. Es ist die Midgard-Schlange, die es mit ihrem rasenden Schwanz aufpeitscht. Jetzt wälzt sie sich an Land und zerschmettert dabei die Schiffe im Hafen. Wolken von Gift steigen aus ihrem Schlund. Sie brüllt aus vollem Halse, nach ihrem Bruder, dem Wolf, ruft sie. Mit vereinten Kräften wollen sie die Erde verwüsten. Jetzt lichtet auch Nagelfarri die Anker, das unheimliche Schiff, das aus den Nägeln der Toten gebaut ist. Mit schwarzen, zerlumpten Segeln kommt es aus dem Nebel und dem Regen des Ostens. Kannst du sehen, wer am Ruder steht, sagt die Vulve? Schau genau hin! Es ist Loki, ruft Odin, die Vulve nickt, und eine Mannschaft von verrotteten Leichen bringt er mit. Odin ballt die Fäuste, er atmet schwer. Tausend Jahre lang ist er wie ein Bruder für mich gewesen, sagt er. In großen Scharen ziehen die Feinde aus Nord und Ost herbei, Lebende und Tote, Riesen und Trolle, in voller Rüstung und starrend vor Waffen. Große Kriegstrommeln schlagen den Takt dazu. Schau dich um! ruft die Vulve plötzlich. Und als Odin sich umwendet, sieht er, wie der ganze Himmel im Süden aufreißt und das Land dahinter zum Vorschein kommt, das unbekannte, unheimliche Muspelheim, das es schon lange gegeben hat, ehe Odin mit seinen Brüdern die Welt erschuf. Aus diesem feurigen Reich stürmt ein mächtiges Heer von schimmernden Reitern herbei, angeführt von Soth, dem uralten Häuptling, der ein Flammenschwert schwingt. Alles, was er berührt, fängt Feuer und verglüht. Kann nichts sie aufhalten, fragt Odin sich. Sieh nur, wie ganz Midgard brennt. Die Feuerreiter eilen auf Bifrost, die Regenbogenbrücke zu. Haben sie es auf Asgard abgesehen? Wollen sie die Festung der Götter stürmen? Nie wird der Regenbogen sie tragen, ruft Odin. Doch das Heer aus Muspelheim setzt wie ein großer Fackelzug über die Brücke. Sie ist den Asen und ihren Freunden vorbehalten, murmelt Odin. Dafür habe ich gesorgt, das ist mein Gesetz. Aber an seinem Wort nagt der Zweifel. Die Brücke erzittert und schwankt, ihre Farben mischen sich zu einem trüben Grau. Dann stürzt sie ein und im Funkenregen stürzen tausende von Reitern in die Tiefe. Viele kommen um, doch andere überleben den Sturz. Unter ihnen ist Surt, der sein Flammenschwert schwingt und den Rest seines Heeres anführt, bis sie die große Wiese erreicht haben. Diese Weide ist hundert Meilen lang und hundert Meilen breit. Dort sammelt sich der feurige Haufen. Riesen und Gespenster stoßen zu ihm, auch der Fenriswolf und die Midgard-Schlange haben sich von Loki ihrem Vater angeleitet am Kampfplatz eingefunden. »Willst du noch mehr sehen?« fragt die Vulve. »Hast du genug gehört?« Doch Odin schüttelt den Kopf. »Es ist zu spät, um sich abzuwenden«, sagte Grimmich. »Ich will sehen, wie unsere Streitmacht sich sammelt.« Heimdall stößt ins Horn und die Asen halten Kriegsrat. Wie alt und hilflos sie aussehen, wie unheilvoll es knarrt in den Ästen der Weltesche Yggdrasil. Ist es nicht schon zu spät? Ist es nicht sinnlos, gegen einen so übermächtigen Feind anzugehen? Odin bespricht sich mit Mimes Haupt, doch auch der weiß keinen Rat. »Kannst du auch dich selber sehen?« flüstert die Vulve. »Ratlos, wie du bist, voller Furcht vor der Niederlage, verfolgt von der Ahnung, dass dein Reich dem Untergang nahe ist. Das soll ich sein?« sagt Odin missmutig. »So schwach, so mutlos?« Da sieht er Frigger kommen. Sie bringt Odin seinen goldenen Helm, setzt ihn, ohne ein Wort zu sagen, ihm auf den Kopf und küsst ihn auf beide Wangen. Nun schleppen auch die anderen Asen ihre Waffen und Rüstungen herbei. Die Untoten aus Valhall, alle die gefallenen Helden, die Odin unter den Menschen gesucht und gefunden hat, machen sich bereit, ihnen zu folgen. Auch aus Volkwang kommen die Streiter, die bei Freier gehaust haben, stoßen zum Heer der Asen. Sie hat sie mit scharfen Krallen und Luchskappen versehen. Nun fauchen sie und miauen wie wilde Katzen. Thor hat seine eisernen Handschuhe angezogen und seinen starken Gürtel angelegt. Er lässt den Hammer Mjölner über seinem Haupt kreisen. Seine Böcke stoßen ungeduldig voran. Der Götterkönig hat Sleipnir sein achthufiges Ross gesattelt. Er hält seinen Speer in der Hand, Hugin und Munin, die beiden Raben sitzen ihm auf den Schultern und die beiden zahmen Wölfe spuren neben ihm her. So ziehen die Asen hinaus auf die Wallstadt. Zum Abschied winken sie den Frauen, die in Asgard zurückbleiben und die sie vielleicht nie wiedersehen werden. Auf dem weiten Kampfplatz stoßen die beiden gewaltigen Heere zusammen. Schon beim ersten Treffen verliert Odin seine Raben und seine Wölfe. Thors Böcke werden von Pfeilen durchbohrt. Sein Wagen stürzt um und er wird zu Boden geschleudert. Doch Odin sammelt das Heer von Neuem um sich und noch einmal wirft es sich dem Feind entgegen. Odin reitet geradewegs auf den Fenriswolf zu und Thor versucht ihm zu folgen. Doch der Donnergott ist nun zu Fuß und bleibt hinter dem Reiter zurück. Die Midgard-Schlange seiner alte Feindin wirft sich ihm in den Weg. Sie zischt und heult. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Willst du noch mehr sehen? fragt die Wölfe. Hast du genug gehört? Ich muss wissen, wie es weitergeht, sagt Odin. Mein Kampf mit dem Fenriswolf werde ich ihn besiegen. Die Wölfe schüttelt den Kopf. Er verschlingt dich, sagt sie. So ist es geweissagt und so muss es geschehen. Odin schluckt und fragt weiter, wird es ein guter Kampf gewesen sein? Die Wölfe hat Tränen in den Augen. Ja, sagt sie, ein guter Kampf. Aber Thor wird mich rächen, sagt Odin. Und wieder schüttelt die Wölfe den Kopf. Thor hat genug damit zu tun, sich seiner Haut zu wehren gegen die Midgard-Schlange. Und Tyr? Ihn bedrängt Heels und Tier, der Hund, der das Totenreich bewacht. Keiner von beiden wird den Zweikampf überleben. Was ist mit Frey? Er hat es mit Surd aufgenommen, dem alten Feuerriesen aus dem Süden. Beide sind gewaltige Schwertkämpfer, doch Surd hat die schärfere Waffe. Du weißt doch, einst hatte Frey ein Schwert, das von selber zuschlug. Nun rollt es ihn, dass er es vor langer Zeit gegen die Liebe einer Trolltochter tauschte. Trotzdem, er ficht auf seinem goldenen Eber wie ein wahrer Meister gegen Surd, der auf einem brennenden Pferd reitet. Kannst du sie sehen? Odin nickt. Dann wirst du auch erkennen, dass Surd die Oberhand behält. Sein Flammenschwert spaltet frei von Kopf bis Fuß in zwei. Und wie wird es Heimdall ergehen? Er kämpft gegen Loki. Die beiden haben sich nie miteinander vertragen. Jetzt finden sie alle beide den Tod. Odin spürt, wie ihm die Stimme versagt. Es sticht in seiner Brust. Soll ich denn ungerecht auf dem Schlachtfeld liegen bleiben, flüstert er? Ruft mein Blut vergebens nach all meinen Brüdern? Du hast den Letzten deiner Söhne vergessen, sagt die Wulwe. Vidar, den ihr den Wortkargen nennt. Aber nach Thor ist er der Stärkste von allen. Sieh nur, was er tut. Odin starrt in die Ferne. Noch einmal sieht er sich selber in den Fängen des gnadenlosen Fenriswolfs, der ihn verschlingt. Doch nun erkennt er auch Vidar, der das Ungeheuer verfolgt. Sein Sohn setzt einen Fuß in den Rachen des Wolfs und tritt ihn mit letzter Kraft zu Boden, während er mit beiden Händen nach seinem Oberkiefer greift und ihn hochreißt. Röchelnd verendet das Untier und Odin ruft, dann werde ich wenigstens in Frieden ruhen. Die Wulwe sieht ihn an und sanft sagt sie, das hast du wohlverdient. Die Schlacht ist zu Ende. Die Asen sind besiegt. Nur an einer Stelle rast der Kampf weiter. Die Midgard-Schlange hat sich um Thor geringelt und versucht, ihn zu zerdrücken, doch Thor hält seinen Hammer fest. Keiner der beiden will aufgeben. Riesen und Gespenster haben sich um die Kämpfer gescharrt, um zu sehen, wie der Streit ausgeht. Endlich gelingt es Thor, den Arm mit dem Hammer aus der Umarmung des Wurms zu befreien und zuzuschlagen. Die Schlange stirbt. Aber nachdem er neun Schritte getan hat, sinkt auch Thor zu Boden. Die Midgard-Schlange hat ihn vergiftet. Willst du noch mehr sehen? fragt die Vulve. Hast du genug gehört? Odin sieht sie an. Das ist das Ende. Gibt es denn noch mehr zu sehen? Die Vulve nickt. Spürst du nicht, dass es nach Brand riecht? sagt sie. Jetzt merkt es auch Odin, und er sieht, wie Sod und seine Muspelsöhne wie ein Sturmwind durch die Welt jagen. In jedes Haus und in jeden Winkel schleudern sie Feuerbrände, überall zischt und raucht es. Als Odin sieht, wie sogar Yggdrasil in Flammen steht, kommen ihm die Tränen. Nun weiß er, dass alles zugrunde gehen wird. Er hebt den Kopf und blickt der Hellseherin in die Augen. Ich mochte die Welt, sagt er ruhig. Vieles an ihr hätte anders und besser sein können. Trotzdem, im Großen und Ganzen gefiel sie mir. Und jetzt ist sie zunichte geworden. Kein Stein ist auf dem Anderen geblieben. Ja, deine Welt ist eine einzige Brandstadt, sagt die Wulwe. Stumm stehen die beiden da und sehen zu, wie die versenkten Trümmer im Meer versinken. Also war alles, was wir getan haben, vergebens, sagt Odin müde. Wir haben umsonst gelebt. Geduld, sagt die Wulwe mit einem Lächeln, es gibt noch mehr zu sehen. Ich kann nicht mehr, sagt Odin. Doch nun fasst ihn die Wulwe mit beiden Händen an den Schläfen. Horch, ruft sie, schau hinaus. Und er sieht, wie allmählich eine neue Welt aus den Fluten steigt, grün und schön und fruchtbar wie ein Traum. Er sieht Äcker, die sich selber säen, und Fisch und Wild im Überfluss. Keiner wird mehr hungern, sagt die Wulwe, keiner muss mehr frieren, denn siehe, die geboren. Das Böse hat ein Ende genommen, die Welt ist reingewaschen und ein neues Leben kann beginnen. Ein neues Leben? fragt Odin verstört. Die Wulwe nickt. Siehst du die große Wiese, den alten Versammlungsplatz der Asen, wie sie blüht? Von Asgard, der Götterburg, ist keine Spur mehr zu sehen. Doch Odin erkennt, wie die gefallenen Asen sich nach und nach auf der großen Wiese einfinden. Sie leben noch, ruft Odin verwundert. Es sind die wenigsten, antwortet die Wulwe, es sind die, die Glück gehabt haben. Odin erkennt Vida und Wohle und Thors Söhne Mude und Magne. Sie haben Mjölner mitgebracht, den Hammer ihres Vaters. Auch der alte Hune kommt angehinkt und aus dem toten Reich Heels kehren Baldur und Hoth zurück. Baldur führt seinen blinden Bruder an der Hand. Sie lachen und im frischen Gras finden sie das uralte goldene Schachspiel der Asen wieder. Sieh nur, ruft die Wurve voller Freude, auch in Midgard gibt es einige, die sich wieder hervorwagen. Odin sieht ein einziges Menschenpaar, das den Untergang überlebt hat. Sie haben in einer Lichtung das Meer sie zurück gegeben. Lange war der Morgentau ihre einzige Nahrung. Sie werden Kinder und Enkelkinder bekommen, sagt Odin froh. Die Wurve nickt. Ein neues Menschengeschlecht wird die Erde bevölkern, sagt sie. Odin reibt sich die Augen, er ist müde. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte, fragt er. Nein, Herr, antwortet die Hellseherin, jetzt sind meine Augen leer, weiter in die Zukunft kann ich nicht sehen. Du saßt weit genug. Die Wurve verbeugt sich tief vor Odin. So hat der Traum es mir gezeigt. So muss es geschehen. Odin steigt zu Pferde und reitet davon. Er trägt Mimes Haupt im Arm. Lange ziehen sie schweigend durch die sternenklare Nacht hin. Endlich fragt Mime, hast du gefunden? Wonach du gesucht hast? Ich weiß es nicht, antwortet Odin. Du weißt es nicht? Vielleicht ist es so, sagt der Götterkönig, dass ich nur das fand, wovor ich mich fürchtete. Am Ende hätte ich eher nach dem suchen sollen, was ich mir erhoffe. Mein Freund, sagt Mime, alles auf der Welt kann auf tausend verschiedene Weise enden. Nicht alles, was ich sah, war finster, erwidert Odin nachdenklich. Es gab auch graue Nebelstreifen und Licht, das durch die Wolken brach. Dann hätte es schlimmer kommen können. Eines weiß ich ganz gewiß. Nichts von alledem ist bereits geschehen. noch ist Ragnarok nichts weiter als ein böser Traum. Du hast recht. Der Möglichkeiten gibt es viele. Noch haben wir es in der Hand, sie zu finden. Zu ändern, was zu ändern ist. Mime lächelt in der Dunkelheit. Mein einäugiger Freund, sagt er sanft, nie wirst du aufgeben. Nie ruft Odin und drückt das struppige Riesenhaupt an seine Brust. Nie. So reiten sie wortlos weiter bis der Morden graut. Wenn ein Wesen auf der Welt gibt, das ihn nicht beweint, sei es ein Ase oder ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze oder auch nur ein Stein, dann werden beide ewig dort bleiben, wo sie mir. Nun geh, bevor ich es mir anders überlege. Hermut macht sich auf den Weg. Baldur und Nanna dürfen ihn ein Stück weit begleiten. Den Zauberring Draupne übergibt Baldur seinem Retter. Er soll ihn Odin wiederbringen als ein Andenken und Nanna gibt ihm Geschenke für Frigga mit. Bald werden wir dich abholen, sagt Hermut und umarmt seinen Bruder. Aber der schüttelt den Kopf und antwortet ihm, das glaube ich nicht, mein Mund ist voll von Asche. Hermut gibt seinem Pferd Sporen, doch bevor er den Hof verlassen hat, bellt Hel ihm nach, du kannst ganz sicher sein, dass ich Gerechtigkeit walten lasse. Hermut reitet über die beinene Sperre und überquert die goldene Brücke, bis er ins Lichtereich der Lebenden kommt. In Asgard angekommen, berichtet er, was er gesehen und gehört hat. Nun senden die Asen Boten in die ganze Welt aus und bitten alles, was da lebt und webt um Hilfe. Alles trauert, Menschen und Tiere klagen um Baldur, selbst den Wölfen und den Hexen werden die Augen feucht, wenn sie an ihn denken und die Trolle verbergen ihr Gesicht in den Händen. Sogar die ältesten Feinde der Asen vergießen ein paar höfliche Tränen, denn Baldur war etwas ganz Besonderes und nie hat sich jemand über ihn beklagt. Himmel und Erde laufen über von Tränen, von Bäumen und Sträuchern rinnt das Nass, die Steine schluchzen und die Berge stöhnen. Als aber die Booten ihren Auftrag erfüllt haben und auf dem Heimweg sind, da begegnen sie einem alten Trollweib, das sich Tuck nennt. Auch sie wird gebeten, die Totenklage um Baldur anzustimmen, doch sie zuckt nur die Schultern und sagt, was geht es mich an, dass einer der hohen Herren in Asgard gestorben ist, lasst mich zufrieden mit eurem Baldur. Die Boten bitten Tuck, sich ihre Antwort noch einmal zu überlegen, weißt du, was das bedeutet, wenn du nicht um ihn weinst, kann er nie zurückkehren. Glaubt ihr, Frigger würde weinen, wenn ich einen meiner Söhne verliere? Ich müßte lügen, wenn ich um den ihren jammern sollte. Hier seht her, ruft sie und zieht ihr Augenlid herunter. Meine Augen bleiben trocken. Ich habe in meiner Zeit schon zu viel geweint. Ich bin es leid, das Klageweib zu spielen. Mark Hel ihre Beute behalten, mir soll es recht sein. Und so kam es, dass Baldur bei den Toten bleiben mußte. Aber wer war diese Tok? War sie wirklich eine Trollfrau, die niemand kennt, oder einer, der berüchtigt ist für das Unheil, das er so oft gestiftet hat? War es nicht Loki, von dem es heißt, dass er sich mit Vorliebe in Frauenkleidern herumtreibt, wenn er etwas Böses im Schilde führt? Er war es und kein anderer. Von seiner eigenen Macht berauscht, glaubt er, kein Zunge als er. Warum soll immer Odin der Häuptling sein, denkt er, warum nicht ich? Er bildet sich ein, alle seien gegen ihn, immer fühlt er sich zurückgesetzt, er ballt die Fäuste, wenn er daran denkt, aber dann lächelt er wieder selbst zufrieden und sagt sich, habe ich nicht drei wunderbare Kinder, den Fenriswolf, die Midgard-Schlange und vor allem Hel, die Herrscherin über die Toten. Ja, beschließt er dann, ich will ihnen ein guter Vater sein und es an nichts fehlen lassen, dass sie zu ihrem Recht kommen, ich und meine Kinder, uns soll nichts und niemand im Wege stehen, denn wir sind mächtiger, als alle reden über Loki. Jetzt erinnert sich niemand mehr an seine guten Dienste. Wie oft haben seine Einfälle den Asen geholfen, als Not am Mann war? Wie oft haben sie über seine Scherze gelacht? Aber das alles ist vergessen. Jetzt lässt keiner mehr ein gutes Haar an Loki. Nicht nur, dass er uns zum Narren gehalten und hinters Licht geführt hat, heißt es, nicht nur, dass er schuld ist an Baldurs Tod, er hat auch dafür gesorgt, dass sein Halbbruder nicht von den Toten zurückkehren durfte. Er ist auch noch stolz auf seine Untat, sagt Heimdahl. Er macht sich lustig über uns. Ich zerschmettere ihm den Schädel, ruft Thor. Nur Sigyn hält ihm die Stange. Ihr vergesst, dass ich ihn lieb habe, sagt sie. Aber Sigyn schüttelt nur den Kopf und geht ihre Wege. Das Herz hat keine Wahl, sagt sie. Niemand kann sich seine Liebe aussuchen. Odin befiehlt, dass Loki bei lebendigem Leibe gefangen und bestraft werden soll. Er schickt seine Raben Hugin und Munin aus nach Midgard und nach Jothumhain und bittet Zwerge und Alben um Hilfe bei der Suche. Die Wahlküren hohenhoch über der Götterbrück. Und ich habe dich geliebt, denkt er vor Bitternis, während er den Blick über die Welt schweifen lässt. Er starrt hinaus, bis ihm die Augen tränen. Loki ist weit in die Wildnis gegangen. Auf dem Gipfel eines hohen Berges hat er sich ein Haus gebaut, ein Haus mit vier Türen, damit er von seinem Stuhl aus den Blick frei hat in alle Himmelsrichtungen. entgegen. Jetzt flüstert Loki, und Hoth lässt die gespannte Seite los. Der Pfeil trifft Baldur, der einen hellen Schrei ausstößt und zu Boden sinkt. Der Pfeil hat ihn mitten in der Kehle getroffen. Baldur ist tot. Es wird ganz still auf der großen Wiese. Die Asen trauen ihren Augen nicht. Dann erst bricht der Jammer los. Das, was sie um jeden Preis verhindern wollen, jetzt ist es geschehen. Nie hat ein schlimmeres Unglück Götter und Menschen getroffen. Viele umringen Hoth, um Baldur zu rächen. Einige deuten auch auf Loki, aber Odin greift ein. Haltet ein, ruft er. Dies hier ist ein geheiligter Ort. Es ist genug Blut vergossen worden an diesem Tag. Baldur war mein Sohn. Hoth ist mein Sohn und Loki ist mein Milchbruder. Es ist sinnlos, Vergeltung zu üben. Nie sahen ihn die Asen so alt und müde. Es war alles nur ein Missverständnis, wimmert Loki und legt den Arm um Hoths Schulter. Keiner von uns hat das gewollt. Dann wendet er sich mit harten Worten Frigger zu. Dir haben wir vertraut. Hast du uns nicht versichert, dass Baldur kein Leid geschehen kann? Wie sollten wir ahnen, dass du so leichtfertig warst und hier einen Strauch und dort einen Zweig auf Baldurs Heil einzuschwören vergessen hast? Es ist deine Schuld, dass es ein böses Ende mit ihm nahm. Loki hat sich in Hitze geredet und er ist ein Meister darin, die Wörter so zu drehen, wie es ihm passt. Frigger wendet sich schluchzend von ihm ab. Es ist Schicksal, murmelt einer. Was geschehen soll geschieht, sagt ein anderer. Niemand kann sein Schicksal ändern. Baldurs Träume hätten uns eine Warnung sein sollen. Er ist tot, weint Nana seine Frau, wir werden ihn nie wiedersehen. Aber da richtet Frigger sich auf. Der Trotz leuchtet aus ihren Augen. Nein, ruft sie. Ich gebe nicht auf, ich will ihn wieder haben. Wer von euch, wer von Odins Söhnen will mein Sendbote sein? Wer will meine ewige Dankbarkeit gewinnen und ins Totenreich reiten? Wer von euch spricht mit Baldur? Wer fragt Hel die Herren über das Totenreich um welchen Preis sie ihn freigibt, sodass er zu mir nach Asgard heimkehren kann? Alle schweigen. Sogar Odin zögert und Thor Doch dann tritt Hermut hervor, der sich immer zurückgehalten hat. Man hat wenig von ihm gehört, obwohl auch er einer von Odins Söhnen ist. Denn er ist zwar ein guter Kämpfer und berühmt für seine Reitkunst, doch drängt er sich niemals vor und lässt andere das große Wort führen. Nun aber sagt er, ich reite für Baldurs Mutter zu Hel ins Totenreich. Ihr müsst Sleipnir sein eigenes Pferd gezäumt und gesattelt wird. Hermut steigt auf den achtbeinigen Hengst und sprengt über die Regenbogenbrücke davon. Wie ein Gewitter dröhnt das Echo von Sleipnirs Hufen den Asen in den Ohren, bis es in der Tiefe des Nordens verhallt. Hel empfängt Hermut selbst. Sie ist groß und hager von Gestalt. Die eine Seite ihres Gesichts ist bleich wie Kreide, die andere blau schwarz wie ein Rabe. Weit hinten im Saal glaubt er zwei Tote zu erkennen, die dort aufgebahrt sitzen. Es sind Baldur und Nanner seine treue Frau. Hermut sagt nichts von seinem Anliegen. Er bleibt über Nacht und erst am anderen Morgen wendet er sich höflich an Hel, um seine Bitte vorzutragen. Ich weiß wohl, warum du gekommen bist, sagt sie. Und was ist dein Bescheid? Die Antwort ist nein. Aber bedenke doch, die ganze Welt trauert um Baldur. Hel runzelt die Stirn. Meine Aufgabe ist es nicht, der Welt eine Freude zu machen, antwortet die Herren über das Totenreich. Was habt ihr nur mit eurem Baldur? Ist er so wichtig? Keiner ist so geliebt worden wie er, ruft Hermut. Wir, die Asen, verlangen, dass du ihn uns zurückgibst. Hel's Augen verdunkeln sich, als sie das hört. Ihr verlangt etwas von mir, der Herrscherin über den Tod? Ich wollte sagen, wir bitten dich, sagt Hermut rasch. Wir flehen dich an. Hel ist aufgestanden. Sie wendet sich den beiden Toten zu, die stumm wie Steine dabei gesessen sind. Hörst du Baldur? Die Götter flehen mich an, sagt Hel, und nun schnurrt sie wie eine Katze vor Behagen. Was sollen wir ihnen antworten? Das will gut überlegt sein. Oh ja, ich weiß, wie man mit solchen Bittstellern umgeht. Langsam tritt sie Hermut entgegen und blickt ihm in die Augen. Also gut, du sollst sie haben, alle beide, aber nur unter einer Bedingung. Hermut traut seinen Ohren kaum. Freudig verspricht er ihr, auf alles einzugehen, was sie verlangt. Die Königin des Totenreichs streckt ihre blauen Nägel von sich und sagt mit einem boshaften Lächeln, es gibt mir zu denken, was du gesagt hast. Neugierig bin ich, ob es wahr ist, dass Baldur wirklich so vermisst wird, wie du behauptest. Ich nehme dich beim Wort. Ich will dich auf die Probe stellen. Auf welche Probe? Was meinst du? fragt Hermut. Pass auf und höre gut zu. Wenn die ganze Welt Baldur beweint, dann mag er samt seiner Frau nach Asgard zurückkehren. Aber freue dich nicht zu früh. Denn wenn es nur ein Einz freilich, kann keiner von beiden vorhersagen. Dennoch eines weiß Odin. Das Ende der Welt, so wie er sie kennt, ist nah. Bald werden Götter und Riesen ein letztes Mal ihre Kräfte messen. Wer wird den Sieg davon tragen? Wer wird unterliegen? Den Zeichen des Vogelzuges, die er am Himmel liest, traut Odin nicht mehr. Und was die warmen Eingeweide geschlachteter Tiere verraten, gibt ihm keine Gewissheit. Die einzigen aber, die die Antwort wissen, die drei Nornen an Urts brunnen, sie wenden sich ab und schweigen. Auch unter den Menschen gibt es einige, die weiter als andere in die Zukunft sehen können. Deshalb wendet Odin sich nun an Midgard und Mimes Haupt nimmt er mit auf den Weg, denn zwei hören mehr als einer. Die Frau, die sie auf einer kleinen Lichtung treffen, ist weder jung noch alt. Sie steht auf und grüßt, indem sie einen kleinen Stab hoch in die Luft hebt. Der Griff ihres Stabes schimmert in glänzendem Messing. Ich habe euch erwartet, sagt sie. Der weite Mantel, den sie umhat, ist mit farbigen Edelsteinen geschmückt. Sie trägt eine Kette aus Perlen um den Hals und eine schwarze Mütze aus Lammfell auf dem Kopf. An ihrem Gürtel hängt ein großer lederner Beutel. Ihre Handschuhe sind aus Katzenfell gemacht und an den Füßen trägt sie Schuhe aus zotteligem Kalbfell. Sie ist eine Wolve. Solche seltenen Frauen heißen nach dem Wohl, dem Stab, den sie tragen und auf dem sie reiten können, um ihre Seele in andere unsichtbare Welten zu tragen. Odin wendet sich ihr zu und fragt, weißt du denn, wen du vor dir hast? Es ist nicht das erste Mal, dass Odin sich an eine Wahrsagerin wendet. Einmal hat er sogar eine von ihnen aus dem Grab geholt, aber in dieser Nacht möchte er lieber mit einer sprechen, die am Leben ist und die ihm wohl will. Kannst du für mich in die Zukunft sehen? fragt Odin. Manche Tage, erwidert die Wolve, sind klar und deutlich, aber andere verbergen sich hinter diesem Herbst und dem nächsten Winter. Wie weit soll ich schauen, Herr? So weit du nur kannst, sagt Odin, auch wenn es eine ganz andere Zukunft ist, als du dir wünschst. Auch dann. Du sollst mir alles sagen, ruft der Götterkönig, alles bis zum Ende der Welt. Sogleich beginnt die Wolve mit ihrem Werk. Aus dem Beutel an ihrem Gürtel holt sie eine Salbe aus Bilsenkraut und Stechapfel hervor, mit der sie, erst summend, dann mit lauter hoher Stimme singend ihren Stab einsalbt. Mit einem Satz nimmt sie den Stab zwischen die Beine und springt auf ihm umher. Der Stab ist ihr Pferd. Sie schließt die Augen, wirft den Kopf hin und her, ruft und singt. Am Ende sinkt sie zu einem unförmigen Haufen in sich zusammen. Der weite Mantel deckt sie Nichts regt sich. Odin wartet geduldig. Er lehnt mit dem Rücken an einem Kiefernstamm. Mimes Haupt liegt neben ihm im Gras. Musst du denn immer wissen, was dir bevorsteht, sagt Mime? Das gibt mir Zeit zum Nachdenken, brummt Odin. Der Kopf des Riesen seufzt. Warum gibst du dich nicht mit dem Tag zufrieden? In Odins Augen blitzt es, doch bevor er antworten kann, regt sich der dunkle Haufen wieder. Die Vulve erhebt sich. Sie öffnet ihre Augen. Hört mich an, sagt sie, und seht, das erste Zeichen sind drei Hähne, die wie aus einem Munde krähen, und alle Welt wird sie hören. Der eine ist rot. Er kräht in Jotunheim und in Utgard. Er weckt alle toten Riesen und Zwerge. Der zweite Hahn ist schwarz wie Ruhs. Er weckt in Heels Reich alle Toten auf und ruft Garm ihrem gewaltigen Hund herbei. Der dritte Hahn hat einen goldenen Kamm. Er kräht in Asgard und weckt alle Gefallenen in Valhall. Überall folgen die Toten diesem Ruf. Sie wissen, dass sie bald den Lebenden wieder begegnen werden. Nun ist sie angebrochen, die Zeit, da Odin räuspert sich. Hat sie einen Namen, die Zeit, von der du sprichst? Alles hat einen Namen, antwortet die Wohlwehr, sogar die Finsternis. Ragnarok wird sie genannt, die Zeit, da die Asen den Verstand verlieren und vergessen zu atmen. Ragnarok heißt sie, die Zeit, da Mächte vergehen wie Eis an der Sonne. Erzähle weiter, bittet Odin sie. Ich sehe Axt und Schwert, sagt sie. Ich sehe Unfrieden überall und blutiges Ringen. Ich sehe drei Jahre, in denen der Bruder dem Bruder in den Rücken fällt und der Sohn den eigenen Vater nicht verschont. Daran ist nichts Neues, ruft Odin, so ist es seit Menschengedenken zugegangen, aber sprich, was kommt noch alles auf uns zu? Drei Jahre, die wie ein einziger Winter sind, antwortet die Vulve, der Schnee weht über die Welt und die Sonne wärmt die Welt nicht länger. Fimbul heißt dieser längste und furchbarste aller Winter. Viele werden einschneien, in finsteren Eisspalten ertrinken, unter gewaltigen Lawinen begraben werden. Andere werden in ihren Betten erfrieren und sich blau vor Frost auf den Weg ins Totenreich machen. Eine Riesen sehe ich stürzt ein Wasserfall in die Tiefe. Jeden Morgen verwandelt er sich in einen Lachs, der im rauschenden Wasser spielt. Niemandem wird es einfallen, nach einem Fisch zu suchen, denkt er. Bald werden es die Asen müde werden, nach mir zu suchen. Bald haben sie mich vergessen und dann ist meine Zeit gekommen. Dann will ich endlich meinen Sohn, den Fenriswolf, zu mir rufen, mein Kind, die Midgard, Schlange und Rache und werden dieser ganzen Welt ein Ende machen. Die Asen aber haben die Fahndung nach Loki nicht aufgegeben. Eines Tages sieht er in der Ferne eine lange Kette von Gestalten, die das Gebirge absuchen. Mit jedem Schritt kommen sie näher. Rasch wirft Loki das Netz ins Feuer, nimmt seine Fischgestalt an und springt glatt und zappelnd in den Wasserfall. Die Asen finden das Haus leer. Aber sie sind nicht ganz sicher, dass kein lebendiges Wesen bei ihrer Suche durchgeschlüpft ist. Sie untersuchen die Asche im Herd und entdecken das Muster des verbrannten Netzes. Da wissen sie sogleich, wonach sie zu suchen haben. Sie knüpfen ein neues Netz und werfen es in den Fluss aus. Thor hält es an einem Ende, das andere halten die übrigen Asen fest. Nun durchkämmen sie wartend den Fluss. Loki schwimmt vor dem Netz her, so tief wie möglich am Grund des Wassers, hält still, legt sich flach zwischen zwei Steine und hält den Atem an. Er spürt im Rücken, wie das Netz ihn streift. Auch die Asen haben bemerkt, wie etwas in den Maschen zuckt. Sie binden schwere Steine an das Garn, bevor sie es von Neuem macht einen Luftsprung über das Netz und schwimmt zurück zum Wasserfall. Doch nun haben die Asen ihn gesehen. Sie teilen sich in zwei Gruppen, von denen jede ein Ende des Netzes hält. Thor wartet in der Mitte des Flusses. So ziehen sie Schritt für Schritt das Netz nach unten. Noch einmal wagt Loki einen Sprung über das Garn, aber diesmal ist Thor schneller. Wie ein hungriger Bär wirft er sich nach vorn und greift nach ihm. Beinahe wäre der glatte Leib ihm durch die Finger geschlüpft, doch es gelingt ihm, den Lachs am Schwanz zu packen. »Lasst mich los!« zetert der zappelnde Fisch. Da deutet Freya auf ihn und ruft »Du, der du dich in Fischgestalt verbirgst!« »Ich befehle dir, komm hervor und zeige dich, sei der du bist!« Sogleich liegt Loki wimmernd zu ihren Füßen. »Hast du vergessen,« sagt Freya, »wer dich vor langer, langer Zeit alle deine Künste lehrte? Jetzt bereue ich es, denn du warst es nicht wert, dass ich meine Zeit mit dir vergeudet habe.« Sie wendet sich an Odin. »Was soll mit ihm geschehen?« fragt sie. Doch Odin So sehr er sich auch wehrt, es gelingt den Asen ihn zu fesseln. So wird Loki nun liegen bleiben bis ans Ende der Welt. Erst wenn es gekommen ist, heißt es, sollen die Ketten von ihm abfallen wie verdorrtes Gras. Dann, so heißt es, wird nicht nur Loki freikommen. Auch der mächtige Fenriswolf wird sich losreißen und mit offenem Rachen, aus dem der Schaum wie Wolken über die Erde treibt, über Land und Meer hetzen. Auch die große Midgard-Schlange wird sich dann über die Ufer des Weltmeers wälzen und der Erdboden wird sich auftun, so dass Hel an der Spitze ihres gewaltigen Totenheeres ihren letzten Ritt antreten kann. So ist es vorherbestimmt, so wird es geschehen. Daran muss Odin denken. Er weiß es. Und dennoch fehlt ihm Loki. Er denkt an ihn wie an einen toten Bruder. Und er vermisst ihn. Irgendwo in der Einöde, am Rand eines kleinen Teichs, liegt zwischen Heide und Buschwerk etwas, das einem moosbewachsenen Stein gleicht. Aber auf einmal öffnet der Stein die Augen und starrt hinaus in den grauenden Tag. Ein abgehackter Kopf ist es, der dort liegt, ein Riesenschädel, dem der Leib fehlt. Und doch ist Leben in ihm, denn die Zunge leckt die kalten Lippen und die Nase hebt sich wie die Nüstern eines witternden Tieres gegen den Wind. Zwei große Ohren lauschen auf ein Geräusch, das immer näher kommt. Wer ist es, der da über die Heide reitet? Es ist ein Pferd mit acht Beinen und der Reiter, der da absteigt, ist alt und grau. Odin ist es, der sich zu dem abgehauenen Kopf niederbeugt und ihn in die Arme nimmt. Sei mir gegrüßt, neigt sich der Kopf und Odin antwortet, endlich sehe ich dich wieder, Mime, mein Freund aus der Zeit der Jugend. Sie lassen sich am Ufer ins Heidekraut nieder. Der Teich ist Mimes Brunnen, die Quelle der Weisheit. Einst hat Odin sich selber ein Auge ausgerissen, um davon trinken zu dürfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nicht von jeher ist Mime ein Kopf ohne Leib gewesen. Feinde haben ihm das angetan. Damals hat Odin den Tod von seinem Riesenhaupt abgewaschen, hat ihm die Stirn mit heilenden Kräutern gesalbt und seinem Freund Gedanken und Sprache wiedergegeben. Auch das ist eine andere Geschichte. Es ist genug zu wissen, dass Odin jedes Mal, wenn ihn Zweifel bedrücken, hierher kommt, auf die windgepeitschte Heide von Utgard, um Rat bei Mime zu suchen. Die beiden kennen sich seit so langer Zeit und es gibt keinen, dem Odin lieber zuhört. Auch Odin möchte alles schützen, was auf der Erde lebt, aber er vertraut am ehesten auf sein Schwert dem Verrat zu wehren. Ein freundliches Lächeln, denkt er, war noch nie imstande, einen gierigen Feind aufzuhalten. Wenn ihr Frieden haben wollt, brummt er, müsst ihr euch auf den Krieg gefasst machen. Das sagte allen, die es hören wollen. Aus diesem Grund war Baldur nie ein Sohn nach seinem Geschmack. Doch in der letzten Zeit sehen die Asen den Götterkönig immer öfter und ihn stets in Schutz genommen hat, freut sich sehr darüber, dass Odin sich ihm zuwendet. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Nichts ist mehr so, wie es war. Odin fühlt sich bedroht. Überall sieht er das Unheil mit bösen Augen und scharfen Zähnen lauern. Da kann es nicht schaden, auf der Hut zu sein. Vieles versteht Odin, aber manches ist ihm rätselhaft geblieben. Nun will er auch dahinter kommen, wie Baldur denkt. In breiter Blick ist er immer willkommen. In letzter Zeit sitzen Vater und Sohn öfter beieinander und ganze Abende lang gibt ein Wort das andere. Warum ist Baldur immer so bleich und abgespannt? Ist er krank? Es sind die Albträume, die ihn heimsuchen. Er sieht, wie die Berge aufbrechen, als hätten sie Wolken. Er sieht einen Winter, der nie zu Ende geht. Er sieht seinen eigenen Namen mit Blut geschrieben. Mitten in der Nacht wacht er schweißgebadet auf und erstickt einen Schrei mit der Bettdecke. Von den anderen will er sich nichts anmerken lassen. Aber endlich wird es ihm zu viel und er muss zugeben, dass er von schlimmen Ahnungen geplagt wird. Die Asen hören es nicht gerne, denn Baldur war immer eine Lichtgestalt in Asgard und wenn sogar er finster drein blickt, ist das ein schlechtes Zeichen. Auch Frigger ist bekümmert. Sie zieht nach Osten und Westen, Norden und Süden. Keiner soll Baldur etwas antun, dafür will sie sorgen. Jeden Stein wendet sie um und untersucht jede Höhle. Allem was da kriecht und läuft, fliegt und schwimmt, nimmt sie ein Versprechen ab. Niemand soll Baldur etwas zu Leide tun. Sogar Feuer und Wasser, Bäume und Felsen, Pest und Krankheit müssen ihr hoch und heilig schwören, dass sie ihren Liebling verschonen. Die Asen sind erleichtert und Baldur ist froh. Zwar quälen ihn immer noch böse Träume, aber was sie ankündigen, hört sich wie eine leere Drohung Sonne. Um seine Genesung zu feiern, richten die Götter ein großes Fest aus. Einer von ihnen kommt auf die Idee, das Schicksal auf die Probe zu stellen. Baldur soll als Zielscheibe dafür dienen. Alle werfen Steine auf ihn und beschießen ihn mit Pfeil und Bogen. Doch alle Geschosse prallen von ihm ab. Baldur lacht nur über den Hagel. Er ist unverwundbar. Die Götter jubeln. Nur einer hält sich zurück und stimmt nicht in die Freudenrufe ein. Einer, der die Fäuste ballt und sich davonschleicht. Es ist Loki. Voll Neid und Eifersucht schnaubt er. Warum machen alle so viel Aufhebens wegen Baldur? Alle haben einen Narren an ihm gefressen. Und was ist mit mir? Die Wahrheit ist, dass die beiden sich nie leiden konnten. Aber nun hat Loki wohl den Kopf verloren. Als altes Weib verkleidet, sucht er Freger auf. Was ist denn mit Baldur geschehen? fragt er sie. Haben sich wirklich alle Dinge auf der Welt verschworen, ihn zu hätscheln? Ja, antwortet Freger stolz. Loki schlägt die Hände über dem Kopf zusammen vor Verwunderung. Freger lächelt. Sie ist gut Weib, das vor er steht, ziemlich komisch. Bist du sicher? fragt Loki mit dünner pfeifender Stimme und legt den Kopf schräg. Jedes winzige kleine bisschen soll dir versprochen haben, dass Baldur nichts geschieht? Fast, sagt Freger. Nur im Westen Wallhals, da wächst eine kleine Mistel. Die kam mir so klein und unansehnlich vor, dass es lächerlich gewesen wäre, ihr einen Eid abzufordern. So ein winziges Zweiglein, dachte ich, kann doch keinen Schaden anrichten. Schon macht Loki sich auf den Weg, um die Mistel zu suchen. Er hat Glück und findet sie. Gleich bricht er den Zweig ab und nimmt ihn mit auf die große Wiese, wo die Götter immer noch bei ihrem Schützen fest sind. Einer von den Asen aber steht in der Ecke und nimmt an ihrem Spiel nicht teil. Er heißt Hoth und ist ein Halbbruder Lokis. In den großen Kriegen hat er nie eine Rolle gespielt und auch jetzt hält er sich im Hintergrund. Das hat einen einfachen Grund. Hoth ist blind. Scheinheilig fragt Loki ihn, was ist mit dir, mein Freund? Warum machst du nicht mit? Alle schießen auf Baldur und du siehst doch, dass ihm nichts geschieht. Du weißt wohl, dass ich blind bin und ihn gar nicht sehen kann, sagt Hoth. Daran soll es nicht fehlen. Ich zeige dir, wie du zielen sollst. Ich trage keine Waffe, antwortet Hoth. Dann nimm diesen Bogen und die Mistel hier. Alle erweisen Baldur die Ehre, da kannst du nicht beiseite stehen. Gern, ruft der Blinde dankbar und ergreift den Bogen. Loki führt seinen Arm. Ein bisschen weiter nach rechts, noch ein bisschen so. Und Hoth ruft, schau nur Baldur, jetzt bin ich auch dabei.